eisenhütte der qual hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight ich bin ihr gastgeber omnitron und das sind meine gäste mario bekannt auch als zoomer films ich bin kein gast ich bin standard du bist du hast gast zu sein ich erst was soll das man anmoderation und dann kommt der geist das ist doch echt so viel ich trage aus ich hatte übrigens ich habe den geist kann mit jedem killer ich glaube ich hätte auch zehn mal michael meyers haben können und ich werde und sterben und sterben und sterben warum dauert es auch der zum ding das länger dauert scheiße er kann mich jetzt viel länger halten hat diesen eisernen griff das hat dann so lange da länger kann aber das gibt es unterschiedlich ich habe ein zweiter fünfzig Prozent schneller Prozent länger länger als der Versteller sie so mit zehn Prozent er hat sich auch für uns gemacht und hochgerannt aber ja ich bin ein unsichtbarer Gestaltung kämpft er bei mir ich bin jetzt nicht mehr also wie gesagt ich kann es jetzt gerade nicht richtig gut erwähnt mich hier ist auch dabei hallo ja ich sehe den nicht mehr ich bin direkt am haus aber ich habe keine ahnung wo der ist ich höre den aber glaube ich ich werde sterben jetzt irgendwo sichtbar geworden anscheinend ich hoffe nicht bei mir die erfolge er ist in der richtung er ist in der richtung okay kannst du mich halten ja warte 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 der verfolgt den anderen wo bist du in der ecke ja bitte nicht verkacken das krieg der Wind ist bei mir in der Nähe Alter war das knapp danke ich denke mal ganz kurz michi lauter ich habe mich hier kurz lauter gestellt in der Aufnahme ist nichts mit obs auf noch ja aber ich mache mit dem desktop also müsste man wahrscheinlich alles noch gesehen haben was somit ist so gut ich muss auch aufpassen 8 Uhr folge online stellen genau 8 Uhr und ich muss das Ding jetzt nicht fertig ich weiß nicht ob du das was es ist ja lieber so gut was kaputt künftig künftig ich sag's doch ich hab' ich nicht gesagt hab' ich nicht gesagt okay der ist auf dem Berg da oben ich hoffe mich hat ihn jetzt so weit abgelehnt dass er sich zu uns kommt ja schön hinter mir am besten 3 mal hintereinander 4 mal ey das machst du auch mit Absicht nein er ist bei mir hinter mir holt, 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 holt ich versuche mich zu holen du mach's weiter er hat mich jeden Moment ich probier's den gerne aufzumachen ja er hat mich wahrscheinlich ja ich liege am Boden, fuck ich versuche schnell zum Typen zu kommen der ist halt ein bisschen weit weg gewesen er bringt mich wahrscheinlich in den Keller er bringt mich in den Keller ey das heint es in welchen und ich hänge jeden Moment ja komisch kristin wenn ich es alleine mache funktioniert es ohne Problem ach ja ja ok der Typ ist schon mal geheilt hat sich wieder unsichtbar gemacht ne die stehen nicht bei mir unten ist er nicht ich höre ihn auch nicht er ist glaube ich in meine Richtung unterwegs oh fuck es mal hier ok ich versuche es zu holen ich mag auf jeden Fall überhaupt nicht den Geist ich log den weg, ich log den weg, ich log den weg ich log den weg, ich log den weg halte durch Michi ja noch ist alles gut ja noch ist alles gut coming home, take you nein das war dämlich mach doch immer am hintersten ok wir gehen hoch und dann heil ich dich nochmal ja du bist du vorher jetzt gehen wir nach links nein ihr hattet mich noch bekommen fuck ok weg vom Haus weg vom Haus weg vom Haus Scheiße heil ich dich also Heinz Menschen und du ihr beide können noch einmal hängen ich nicht bin doch tot du kannst nicht mehr abhängen ne ich bin noch im Haus in dem großen da ist dein Haus komm jetzt raus ein wunderschönes Haus und ich hänge ihr lobt direkt in meine Richtung warte 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 ja ich sehe es und er geht weg und geht ins Haus rein das Haus in das ganz große meinst du oder was ja ja ah gut ich sehe nicht ah da ist sie hinter den anderen Herren einen anderen Generator holt mich schnell bin da juhu go Michi go Michi go und weg hier wir machen eine Doppelheilung so jetzt hier hier auf einfach stehen bleiben mit Mario hinter der Kiste und jetzt machen wir die Doppelheilung die Doppelheilung äh ja beeilt euch und direkt weg hier keiner kommt okay kümmert ihr euch um den ich mach den letzten Generator fertig okay der kann noch mal hängen ne ja der kann noch mal hängen dass du dann sofort der Doppelgefahrs da vorne wieder aufhängt ich bleib mal hier in der Nähe erstmal der ist wieder Richtung Haus gerannt der geht zu ich renne zu ihm hin Hügel 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 Scheiße du kannst ihn holen du kannst ihn holen du kannst ihn holen also hast du ihn schon ja so und seit ich da wo der Generator fertig ist mach ich jetzt auch das Tor auf er ist hinter mir er hat mich jeden Moment er hat mich fuck okay so ich mach das andere Tor auch auf ich kann noch einmal hängen ne aber er ist weg von mir er ist weg von mir er ist nicht mehr bei mir ja da kommt meine Richtung könnt ihr mich eigentlich sehen wenn ihr im Boden seid ja ja ich hole dich gleich mach das Tor auf heilt den Typen und dann kommen dann zu dir ja der Typ ist bei mir am Tor ok jetzt du brennst weg dann hol ich dich jetzt na ich wollte noch Punkte Geier an ja ich halte ihn hier ein bisschen auf bei mir ja ja jetzt bei dir das Tor auch auf dem Mario hör was warum liege ich direkt ja ich schlag auch direkt scheiße mit einem Schlag hat er mich fuck natürlich bin ich direkt am Ausgang gewesen also der ist offen bei dir bei Mario alter wie dämlich war das denn jetzt aber bei dir ist er offen ne ja bei mir ist er leicht offen ich hänge auch direkt am Tor so gesehen kacke ich kann nicht sehen in welche Richtung der läuft er kommt zu euch er kommt zu euch er ist wieder bei mir er ist wieder bei mir also michi wenn du in meine Richtung quasi guckst ne also wo ich jetzt hingehe in diese Richtung ist das Tor ok also hinter dem hinter dem Wasserturm quasi das ist das falsche Tor nein ich weiß nicht das Tor das ich aufgemacht habe achso ja beide Tore sind offen und siehst du dann in die Richtung oh ok mich die Kammer auch nach nein es ist ein Rennen ach man hast du vergessen zu nein habe ich nicht bin am Tor ja ich auch bin direkt hinter dir ich glaube der hat mich einmal erwischt und ich habe es nicht gesehen halt dass die Animation nicht kam oh fuck oh ich bin wieder Rang 19 die werden ja immer wieder reset die Range wurde ja schon letztens wieder wegen neuen Updates und das alter wie wie viele Punkte braucht man um irgendwas kaufen zu können ach von diesen diesen Blutschpunkten ja genau es gab 500 oder 400 so oh der hat so ein paar Sachen niemand entritt den Tod ja ich sie es auch gerade also sogar 60% oi alter niemand entritt den Tod das ist der Grund warum ich sofort tot war so gesehen ah ok filter was für ein Arschloch ok der hat einen wenig kleineren Cooldown Effekt mega das Arschloch also er kann also 36% mehr Zeit braucht man im Griff und 60% weniger wirksam ist sind die Mühe der Überlebenden das ist schon also beides verlängert es quasi ja und dann sehen wir uns also gehen wir direkt in die zweite Phase ne ja würde ich auch sagen warte ähm widerlicher Schlachthaus Code Wind Farm Runde 2 da 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 oh jetzt hab ich dies warum hab ich jetzt diese diese Dinger was ich spinne einer ja dann ist es Michael ich seh ihn schon achso da wird immer einer ausgewählt ah äh äh was kann der dann ich weiß es nicht er ist gerade an mir vorbeigelaufen oh falls ihr es wirst du schreibt es in die Kommentare er hat mich hat sich nicht von ihm beißen ich sag dir Michael ist ein Hurensohn Alter verfiss dich was war nochmal seine Fähigkeit geh weg geh weg also er kann diesen langsamen Schritt machen also hörst du ihn nicht und wenn er dich dabei anguckt lädt er halt so sein Messer auf geh hier weg mit dem man dann stärker er lädt auf er lädt auf hä aaah kacke danke Michi nein jetzt ist er wieder hinter mir hier, Mensch! was?! ich war drauf oh man ja, scheiße ein kleines Problem, ne? ich drück so auf den Strich und es geht aber nicht ich geh schon wieder auf den Strich brauche gerade ein wenig Hilfe ähm ne, er ist sehr dicht nein, er hat mich ähm ich bliege quasi neben zwei von euch, aber er ist weggegangen ne, er kommt, er kommt, er kommt er kommt ey, Michael, Michael, Michael oh, oh, oh shit ich hab den ersten Generator fertig gemacht geil, Erfolgserlebnis er hat den anderen jetzt auf dem Arm Hallo hat den anderen auf dem Arm? er hat ihn runtergelassen er kommt, er kommt, er kommt recover, recover mal Michi, recover weiter ja, ich drücke, ja lauf 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 okay, ich komm, ich komm zu dir Christian, sag mir, ob der nicht da ist äh, direkt hinter mir, direkt hinter mir, direkt hinter mir au, au, au aua, ich hab meine Spinnenbeine, die fucht in ich halte dich direkt noch ne Runde? ja ja recht von dir ist der andere ne ok ja holt den mal ok, wir machen den zweiten komm, wir halten uns gleich alle zusammen ich, äh ich lauf hier grad nein, nein, nein! ne, nein, nein! ne, 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 fuck ok, Leute wir halten ihn direkt weiter ja, ja, halt euch alle mal wehren, 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 wehren oh, Gott, ich komm in den Keller kommt der versteckt er kommt jetzt in eure richtung und jetzt macht mal generatoren und überheilung wäre auch nicht schlecht also wir sind geheilt ja so heilung für mich ach du auch noch soll ich noch wünsche ich hab jetzt ein bisschen was zum keller alter name geschlecht sag alles was du weißt stand und reich ja wo soll ich das wissen ich hab's nach der geht zu euch ich bin unten im keller ich kann ihn nicht sehen ich kann nicht durchwenden ach so michi ich hab kein wallack das hast du zwar gerade geschrieben aber ich hab kein wallack das warst du der das geschrieben hat wir haben doch gesagt ich werde cheater aber nee hab ich doch nicht geschrieben soll ich haben ESP oder was ja fuck er ist direkt hinter mir sollte das ein Befreiungskommando werden kacke also könnt ihr doch ganz schnell holen jetzt bin ich auf dem weg nach unten komm nicht mehr nicht mehr ich hab mal aufgehört das hat ja keinen Sinn mehr ähm das hat ein wenig doch wo bringt er dich denn jetzt hin gerade runter in den keller ja ich war auch im keller hatte nur noch ein paar Sekunden Zeit und dann dachte ich mir was soll's du wirst auch grad runter gebracht aber wenn der direkt wieder weg geht ist michi da nein ich war ja sowieso tot wenn du sobald du unten aufgang wärst wär ich auch schon längst gestorben also dachte ich mir dann kann ich mir die paar Sekunden jetzt fragen also Mario und du siehst du der andere steht einfach nur im Schrank ernsthaft hoff er läuft jetzt NEIN das war's toll das war's dann michi Lone Survivor wow ich bin hängen geblieben ja und auch nicht so still in die Haken geschlagen ich bin hängen geblieben ja komm mach auch was komm lass mich doch fallen komm never let you down ja komm zu euch ich folge jetzt mit einem Typen nur damit er mich heilt ja er läuft in die Richtung von euch müsste irgendwo im Haus sein jetzt kacke ähm ok mein Ding hat ausgeschlagen der ist hier in der Nähe er ist bei mir er ist bei mir er ist bei mir hat grad geguckt ob einer von euch bei mir ist er ist jetzt wieder weg ok na ne ist er bei mir ok er sucht euch er geht in Richtung Haus wieder ich laufe auf 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 ich wollte was machen hat er mich gerettet ja er hat das gemacht ok er ist sehr nah er ist auf jeden Fall sehr nah man läuft so einfach gegen die Wand äh ok ok nein 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 lass hör auf naaa hat das nicht gemacht nein er hat mich weiter geheilt es war ein Fehler kacke nein 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 scheiße ich hab's geschaut ich hab's geschaut Könnt ihr nicht mal einen Generator machen äh äh generier dich generier dich generier dich ja echt ey ha ha was bringt das generieren eigentlich das kann schneller geholt werden Mario das war echt dumm ich hab's gesehen du kannst da schneller geholt werden aber Mario das war dumm ja er hat mich jetzt er holt ne ok er geht vorbei er geht wieder vorbei hä der sucht dich der weiß nicht wo du bist der hört dich nur der sieht dich nicht ganz ruhig ganz ruhig ooooh schade hat mich Alter ist er was ist mit dieser Blaubeere los was macht er denn steh im Schrank der ist die ganze Zeit im Schrank der ist die ganze Zeit im Schrank der ist die ganze Zeit im Schrank gegangen der ist die ganze Zeit im Schrank gegangen so ein Kellerkind ey das ist doch guck mal der haut ab was für ein Wichser der Killer moll hä äh das macht Blaubeere bleibt einfach stehen hä oh cool kommt jetzt raus ahhh ich glaub ja der sieht mich hier ahhh ahhh kacke das Problem ist wenn ich mich jetzt nicht auf wenn ich mich jetzt nicht auf den aufmerksam mache dann dauert das weil ich kann nichts mehr machen gar nichts ich glaub der Typ hat einfach nur verlassen weil er keinen Bock mehr hatte weil er unfähig ist Hallo Killer Michail wo bist du also nicht der Milchschilder sondern der Milchkar ne schon verstanden ja ok ok la haaaло haaallo haaallo haaaalo ok mund ist gleich vorbei ah da 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 daun schaue und das war's mit der heutigen Folge Dead by Day Day Macht's gut, haut rein! Das war eine sehr, sehr spannende Folge. Es war blöd für mich. Schaut beim nächsten Mal vorbei, ne. Vielleicht wird's nicht mal besser. Es wird beim nächsten Mal auf jeden Fall besser. Hoffentlich. Muss, muss. Okay, dann hat's gut. In zwei Tagen. Tschüss!